Die Wald ist gestorben, und wir sagst du, wie ich brauche. Wir sagst du, wie ich brauche. Heiß ich vom Wald! Dieser Mensch bestimmt nicht! Er hat nichts gegen dich gesagt. Über dich ist er ein sehr großer Propheten. Ich glaube nicht an Propheten, aber du, du hast Angst vor ihm. Ich habe vor niemandem Angst. Ich sage dir, du hast Angst vor ihm. Doch lieber, du nicht den Jungen aus, wie das Monate nach dem Schreien. Man hat Angst vor der Propheten in unsere Hände zu hören. Genug davon. Ich werde ihn nicht in eure Hände geben. Er ist ein eigener Mann, er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein, seit dem Propheten Elia hat er doch gesehen. Er war der Schreien. der Volk. Er war der Schreien, der Volk. Jungen in der Nacht er war der Schreien. Der Volk. Der Volk. Die Kirche 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 Untertitelung des ZDF, 2020